Willkommen zu Okami HD. Wir haben unsere ersten zwei Pinselkräfte bekommen und müssen jetzt zurück zu dieser Flucht, die wir jetzt, wenn die Kamera sicher nimmt, ja, hier, abschneiden. Oh, das Dorf ist wieder hergestellt. Sakuya kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie beschützt das Dorf wirklich. Trotzdem wünschte ich, dass ich mehr Zeit in ihrem Kimono verbringen könnte, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ernsthaft, mit all diesen Monstern hier in der Gegend? Das Dorf könnte noch immer in Gefahr sein. Lass uns zurückgehen und nachsehen, wie es dem Dorf geht. Was zur Hölle? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es hier eine Statue gab. Naja, was soll's. Lass uns mit den Bewohnern des Dorfens sprechen. Ich glaube, dass das ein Bewohner ist, der... ...versternert ist. Ich habe dabei ein ganz schlechtes Gefühl. Das Dorf Kamiki ist berühmt für seine schöne Landschaft. Ich frage mich, was da unten wohl los ist. Okay, nach unten geht's zum Dorf. Ich dachte, dass es nach oben hin weg geht. Okay, gehen wir mal in die andere Richtung. Ah, okay, da ist das Dorf. Hey, hier ist noch eine Statue. Es ist so, als ob die Dorfbewohner sich in Stein verwandelt hätten. Wie sowas. Nicht schon wieder. Das ist keins von den kleineren Monstern, die hier überall lauern. So ein Gebrüll gehört zu etwas viel Größerem. Wir sollten uns beeilen und versuchen jemanden zu finden, der sich noch bewegt. Oh, da ist ein anderes Symbol. Oh, da sind alle verschleimert hier. Okay, den kann ich nicht verschleimert. Ah, ich kann in die Häuser rein. Okay. So. Ähm. Das Rad hier ist doch gut. Okay. So. Ähm. Was machst du? Jetzt ist keine Zeit zum Blödsinn machen. Ich wollte doch nur wissen, was das ist. Ähm. Kann ich vielleicht auch was machen? Was machst du da? Keine Zeit für Blödsinn. Wir haben kein Zeit hier rumzustreinen. Und alle Schilder zu lesen. Warum nicht? Okay, das gehört zwar. Okay, dann lauf ich mal hoch. Das ist nicht gut. Keine Bewegung hier. Noch vor ein paar Stunden waren alle vollkommen in Ordnung. Hier geht etwas sehr merkwürdiges vor sich. Das Dorf ist wieder normal. Aber was ist mit diesem dunklen Himmel? Vielleicht ist es auch außerhalb des Dorfes dunkel. Lass uns irgendwo hochgehen. So dass wir uns mal umschauen können. Ja, dorthin wo wir vorher waren. Lass uns zur heiligen Plattform zu gehen. Auf der wir vorher waren. Ja, ich bin auch mit dorthin. Das ist schlecht. Die Sonne scheint nicht einmal. Es ist dunkel wie die finsterste Nacht, soweit man sehen kann. Und kein Dorfbewohner kann auch nur einen Muskel bewegen. Ist das so eine Art Fluch? Hat das ein Monster getan? Das wird doch jetzt nicht für immer so bleiben, oder? Wenn doch nur die Sonne am Himmel wäre. Um uns den Weg zu leuchten. Wenn du in den Himmel einen Kreis malen könntest. Dann hätten wir Sonne. Aber ich schätze das wäre sogar für einen Gott wie dich unmöglich. Vielleicht sollten wir einen Gott des Pinsels um Hilfe bitten. Aber wenn du diese Art der Macht von Beginn an hättest. Dann wäre das natürlich eine andere Sache. Das ist kein Kreis, kein richtiger Kreis. Was zur... Hm. Aber wenn ich darüber nachdenke. Der Name ist Amaterasu. Das ist der Name der Sonnengöttin. Deshalb würde ich mal anhören, dass du über die Technik Sonnenaufgang von Beginn an verfügst. Damit kannst du sogar die Nacht zum Tage machen. Wow. Du bist kein gewöhnlicher Gott. Das ist aber mal sicher. Der schwingende Pinsel ist wie die Musik der Himmel. Das ist ein Vers aus einem Gedicht meines Großvaters. Er fand, dass ein guter Künstler wie ein Musiker mit Form und Farben sei. Nun, da du ja so eine große Künstlerin bist, warum nennen wir dein Malwerkzeug nicht nach seinem Gedicht? Es heißt göttlicher Pinsel. Schließlich hat dein Pinsel die Sonne zum Vorschein gebracht. Nun, Arme. Lass uns zurück zum Dorf gehen. Lass uns mal gucken, ob die Dorfe ohne jetzt wieder normal sind. Hm. Wer bist du? Du für ältester Herr Mandarinen. ein weißer wolf aber nicht jener der zusammen mit nage gegen die schreckliche kreatur gekämpft hat du kannst unmöglich der legendäre schieren schieren nur ist sein das kann nicht sein diese geschichte ist 100 jahre alt aber das ist das wie die statu ist von schieren aber auf der anderen seite siehst du auch nicht so klug aus kein grund gleich so zu tun kannst du wirklich verstehen was ich sage nun ich bin niemand der ein blatt vor dem mond und ich ziele nur frakt nach was ist das für eine schweren schauer der mir da den rücken runterläuft hier kommen sie fällt neu das sind die monster die das land plagen sie schleichen sich in dörfer und verursachen alle möglichen probleme dritte seite fällt neu das ist ein job für mein treues schwert den komare die wirst ganz schön wild wenn du wieder wirst, oder? Hey, du hast dir ein wenig Glück verschafft. Guck mal, hast du gesehen, wie die ausgetrocknete Quelle wieder zu fließen begann? Das geschah, weil die Kraft der Götter des Landes wiederhergestellt wird, wenn ein Gebiet von Monstern gesäubert ist. Die Menschen nennen das göttliche Intervention. Je mehr du von dem Land seine natürliche Schönheit wiedergibst, umso mehr Glück wirst du kriegen. Das ist die Quelle deiner Macht. Nur wenige glauben an die Götter in diesen Tagen. Und das schwächt dich. Aber wenn du dich voll anstrengst, dann kannst du deine wahre Macht wieder erlangen. Mann, aber es gibt hier so viele Monster in letzter Zeit. Und dieser Herr Mandarine, den du umgeworfen hast, oben auf der heiligen Plattform, sieht voraus, als würde er denken, du bist ein normaler Wolf. Es scheint, die Götter sind schon so schwach geworden, dass Menschen sie nicht mehr sehen können. Hm. Oh, äh. Naja, ich werde dich mal weiter durch das Tor führen. Ich habe da so ein Gefühl, dass wir hier in ein episches Abenteuer geraten. Das könnte interessant werden für die Knoll. Futter sagt Samen. Leckere Samen, geeignet für samenfressende Tiere. Warum du, warum du kleiner Teufel? Sieh nur das leckere Fressen, das du gefunden hast. Hey, warte. Das ist Tierfutter. Wir sollten es aufheben, um es Tieren zu geben. Benutze es, wenn du später irgendwelchen Tieren begegnest. Irgendetwas Gutes wird schon dabei rauskommen, wenn wir es so einsetzen. Ich weiß, Götter sollten andere Wesen nicht so benutzen. Aber verdammt nochmal, mach einfach mal eine Ausnahme. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Da gibt es noch etwas, das ich dir erzählen wollte. Wann immer du die Objekte prüfen möchtest, die du erhalten hast, drücke einfach Touchpad, um das Fächermenü zu öffnen. Wenn das Fächermenü geöffnet ist, kannst du die Gegenstände in deinem Business prüfen und einsetzen. Du kannst dort auch noch andere Dinge tun. Das Fächermenü ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Abenteuer. Okay, so hält mich das. Das ist quasi eine heiße Quelle. So, bitte. Probieren wir es mal nutzen. Okay, muss ich das dann vielleicht abbrechen? Lassen wir die eine Runde noch komplett. Okay, dann drücke ich mal X. Okay, tut sich nichts. Ah, okay. Dann komme ich wieder Glück. Ich konnte es auch jetzt nicht abbrechen oder beenden. Das hat von alleine aufgehört. Aufnehmen. Aha. Aha. Ah. Großer Shiranui. Ach nein. Ah, ich fühle es. Ich spüre es. Vertorbene Bestienbevölker in diesem Ort. Konzentration. Sieh genau hin. Und da. Gleich hinter dir. Mach es mal bliver ganz Glück. actually in am rêve mir Zeit von mir einfach mal zu. Ich AAAAIA. Ich freue mich auf ihn. Okay. 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 Ja. 13 Sekunden. Okay. Keine Ahnung was ich jetzt machen will. Gehen wir einfach mal ins Dorf. Ich habe jetzt aber genug. Ich weiß nicht ob das ein streunender Hund oder ein Monster oder was weiß ich war. Aber irgendjemand verwüstet immer mein Feld. Rum zu wandern und Löcher mit Dreik zu prudeln. Das treibt mich in den Wahnsinn. Wenn ich dich dabei erwische wie du hier kriegst, dann fängst du dir aber eine. Aha, ich kann hier graben. Ich kann hier ja gar nicht mit den Hunden nehmen. Hm, okay. Hm. Ein weißer Wolf? Jetzt wird es aber ganz komisch. Sieht aus wie ein kleiner schwacher Limmel. Darfst du, du könntest meinen Hund Hayabusa schlagen? Nun, was hältst du davon? Da gibt es dieses Feld. Dass sich meine Mama kümmert, siehst du? Nun, Hayabusa konnte neun Rettige am Stück ausgraben, während meine Mama ihn jagte und versuchte, ihm eine zu verpassen. Es gibt zehn Rettige auf diesem Feld. Hayabusa ist fixiert darauf, alle zehn zu kriegen. Okay. Ich muss, Rettig, Nussbrücker Rettig, Füllte Magen. Okay. So ist es weiter besser. Jetzt hier auf mich zu jagen. Ja. Einsammeln muss ich noch. Okay. Jetzt, jetzt haben wir es gleich. 2 noch und dann kann ich die Quest, wenn es denn eine ist, abgehen. Die geben, seltsamer Rettich. Hey, das ist, äh, das, 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 der Seltsamer Rettich, nachdem Hayabusa und dich gesucht hatten. Das bedeutet, du hast Hayabusa's Rekord gebrochen und alle 10 Rettige ausgegraben. Verdammt nochmal. Gut, du bist der bessere Hund. Auf jeden Fall fühlt es sich gut an, ein neues Ziel gefunden zu haben. Okay, die Quest haben wir erledigt. Wir werden uns im nächsten Part weiter im Dorf umsehen, aber für heute war es das. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.